Hallo, in diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie wir den Duculus Lumus für die Überprüfung von Wasserzeichen oder Simultandruckmerkmalen nutzen können. Hierfür aktiviert man die Taschenlampen-Funktion mit dem linken Knopf. Halten Sie diesen einfach gedrückt. Man aktiviert hierdurch vier starke Weißlicht-LEDs. Diese können nun genutzt werden, um Simultandruckmerkmale sichtbar zu machen oder auch Wasserzeichen zu überprüfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017